Herzlich Willkommen bei S21diBAU.TV Wir blicken auf BA9 und zwar bei Bahnsteig 3. Die kleinen Seitenwände vom Bahnsteig sind betoniert und wurden bzw. werden von ihrer Verschalung befreit. Die kleine Seitenwände vom Bahnsteig vor dem Bahnsteig ist das Wasser gekoppelt. Und dann ist das Wasser aus dem Bahnsteig, verkörte ich die Teile für die Produkte. Der queim von den Bremsen wird, die dem die Steigern von Bremsen und den Drehbäumen ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nun ein Blick rüber zum Wohnratsbau. Wir haben letztes Mal gesehen, hier wurde betoniert und die Schalung ist weg. Also eins dieser Elemente ist fertig, drei sind noch in Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!